Und ausweichen könnte er ja auch nicht. Wraith-Walking nicht, wenn ich das gehört habe. Nee. Die werden aber andere Sachen hier, die... Die muss aus. Awe raus, dodgen jetzt. Und wir bleiben stehen. Irgendwo in Richtung Dealer. Weiter links, weiter links, weiter links. Von Grab. Hextaportale hier. Auf Chappie bitte was. Was? Auch. Hast du eigentlich in 2 Sekunden jetzt Freedom? Chappie hat er auch schon. Er steht halt wieder nicht in der Mitte. Also... Ich hab's dir doch erzählt, warum. Jetzt geht Brett rein. Jetzt müsst ihr einmal blocken lassen und Shit. Du kannst fast von der Mitte reinkreifen. Auf nicht zu weit raus. Ich fokke groß. Ja. 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 Wenn ihr auf 49 steckt seid, macht ihr keine Bewegung mehr, auch wenn's euch umbringen würde, ne? Ja. Also... Da ist der Mauer eh raus. Oder gut, oder gut, oder gut. Oder gut. Da war er. Und 10 Sekunden ist er auch weg. Dann habt ihr nur die D-Rabs, die ihr jetzt habt. Okay. Rechts, rechts, rechts. So. So. Ihr könnt euch wieder frei bewegen. Alles locker voll. So. Und jetzt rinse and repeat. Nichts mehr, nichts weniger. Alles gut. Let's go. Lauft rein. Positioniert euch jetzt schon gut. Ja. Steht jetzt schon ordentlich. Okay. Zwei beginnt. Lasst. Beim grünen Marker nicht sprengen, außer Lumina. Let's go, let's go. Ja, ich glaub zwei. Ich hab zwei. Ich hab zwei. Ich hab zwei. Ja, ich hab zwei. Ja, jetzt fehren hinten ganz gut. Ja, einer ist jetzt hinten oder zwei, das ist egal. Ja, schade. Geht auf die Cluster. Macht die vorderen mehr oder weniger als letztes. Vorne links aber schon mal jetzt rauf gehen. Vorne zwei hin. Ja, Milis können da schon mal hin. Positioniert euch jetzt schon. Ja, positioniert euch jetzt schon gut. So wie ihr gleich die nächste Minute im Endeffekt das Game spielt. Steht euch jetzt schon hin. Alter, das sind super viele. Vier Stück davon. Das kann nicht sein. Leute, das ist... Was macht ihr? Ich hab gesagt, ich wurde von den Rogues gestumpt. Ja, aber du warst auf der linken Seite. Du hast auf links gemacht und nicht rechts. Oder ist das gar falsch? Wenn wir jetzt auf den Boss gucken, leh. Ja, dann ist rechte Seite ins Gesicht. Und das ist halt Banane, dass da bei dir vier Stück übersch bleiben. Da war nix überrecht. Eins, zwei, drei, vier. Ist ja auch egal, ist nicht viel Damage. Das Ticking Damage davon. Das ist mehr oder weniger zu vernachlässigen. Ja, aus mit Divas. Das war die Puddelzeiten, die ich nicht kriege. Außer den Maui. Gucken, wohin geht's. Und einmal. Ein bisschen blau ungefähr. Links. Ein weiter Weg hier. Ein weiter Weg hier. Ein weiter Weg hier. Muss auf jeden Fall hier stehen bleiben. Hallo? Raiden. Ja. Ja. Ja, ihr könnt jetzt hier ganz lange stehen bleiben. Ja. 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 Wenn du 49 hast, machst du keinen, bewegst du dich keinen Millimeter. Ganz egal was ist. Dann sagst du es. Ich habe doch hier 17 Sachen ready. Ich gebe den auf, bitte. Danke nicht an. Nicht an. Ja, ja. Jetzt. Bleiben stehen. In 7 Sekunden ist der D-Baw auch weg. Ihr könnt jetzt laufen wie ihr Bock habt eigentlich. Rechts, 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 drüber, rechts, drüber. Speedtotium hier, tun wir was? Da drüben wir, dann geht's, da drüben wir, dann geht's. Ich block einfach. Okay, das Third Link war gut, wunderbar. Ihr könnt euch frei bewegen hier. Lev aufheben. Launcher. Brennt Sprint ready. Was heißt denn? Warum muss ich hin? Achso. Mach's mit, genau mach's. D-H kann auch seine Unsichtbarkeit aufdecken benutzen. Okay. Jetzt ein Assession, wieder da. Okay, schön. Cleart die in der Mitte. Die hinten sind ja, ja. Geht auf Cluster. Komm, jetzt ist hier richtig Penn. Komm, noch eins weg dazu. Geht schon mal in den Boss zu holen. Geht schon mal ein bisschen reingucken, oder? Ja, geht schon mal wieder näher. Kommt näher. So. Wunderbar. C-Tex Anregen auf Blake. Launcher auf Enchari. Okay. C-Tex, hallo. Ich hab'n Bock raus. Krieg's. Ich hab'n Bock raus. Ich hab'n Bock raus. Ja, er hat mit Mark, oder? Genau. Muss das Spellbook öffnen. Richtig. So, Debuffs raus. Dann Bubble. Watt er verstehen. Ich hab'n Bock raus. Raus, weg vom Boss. Lila. Links. Also, beide Seiten gut. Hab'n dir was für Chappie? Wenn ich von Guaren lasse, von Guaren. Ich hab'n keinen Gewinn. Ich hab'n keinen Gewinn. Mit Gesus sonst irgendwas steppt einfach. Ja, bleibt jetzt hier stehen. Bleibt jetzt hier stehen. Stehen bleiben. Noch'n Freedom. Auf left. Left Freedom. Nehmen 3 mit externals einfach. Einfach stehen bleiben. Einfach stehen bleiben lassen. Gebt Astra externe. So, ich nehm' jetzt Feinshub. Passt. Erste Externe. Nehm'n Overlap wieder mit Master. Was du? Ich hab'n. Ich hab'n. Die darf's raus. Wie gesagt, bei 48, 49, einfach stehen bleiben. Ganz egal. Schädig. Schädig. Das sind die Tanks davon raus. Mach'n damage jetzt. Der Battle wird sich ready. Okay. So, was aufheben? Ja, nein. Hab'n ihr was für mich? Der Lieber fällt ihr gleich ab. Schädig. Ich bin schade, der wird sterben. Ja, ich bin nicht los. Ja, dann können wir einfach runter spielen. Ja, alles gut. Bleib einfach stehen da. Lieber Friedrich. Ich hab'n was gesagt. Der hält sich. Gaten. Wir müssen uns jetzt echt beeilen. Wir kriegen jetzt nochmal ne Phase, ne? Weil wir die Ds verloren anfeuern. Geil. Wir können nicht EP-Krits spielen. Ich bin totes Lot. Ich komm' da nicht hin. Ich hab'n am B. Ja, nein, nein. Nein, nein. Passt doch mit den Flächen auf, die hier liegen. Noch ein paar Linie hier rum. In der Mitte sind noch zwei. Wenn man sich hinten ist, eine. Entschuldigung. Ja, nicht für den Flächen. Man schaut's hin. Sie können nicht öffnen. Es geht genug. Ja, leider geht nochmal. Wann geht es nicht? Ich bin einen Weg. Auch das ist ein C-3. das ist ein bisschen dort statt das ist mir die weg man da laufen und das was ihr bleibt jetzt sein das ist das ist